Das ist, glaube ich... Ist das der? Oder nicht? Oh, wartet mal. Können wir das... Ah, schade. Ich hatte Hoffnung. Warum können wir mit dem nicht reden? Möchte mit dem reden? Okay, wir können mit dem auch nicht reden. Also wir wissen es jetzt auf jeden Fall schon mal einen Ticken mehr. Eine Sache. Jetzt müssen wir halt gucken, wo wir eventuell was zum Tauschen herkriegen. Das wird natürlich schwierig. Können wir jetzt vielleicht ein Foto damit machen? Nee. Hm. Oh. Oh, wartet mal. War das vielleicht jetzt das? Mist. Einmal. Es ist bestimmt... ...das Gleiche. Also der Gleiche. Ja, und warte einen Moment. Ah, jetzt haben wir das. Dann können wir nämlich das Telefon nutzen. Dann werden wir nämlich jetzt ein Bild damit machen. Ha. Es ist manchmal ein bisschen tricky, hinter die Sachen zu kommen. Man muss wirklich viel, viel... ...anklicken und... ...und auch alles richtig angucken. Ich habe dir gesagt, aber warum willst du das Bild? Ich dachte, dass Nick der Perverte war. Du bist ein Idiot. Jetzt haben wir證ert, dass Brandon secretiert ...Sofia Lombardo beendet. Also der, der, der kleine Nerd da, ne? Der ist halt auch nicht so ganz on point. So, dann, ähm... ...bin ich mal gespannt, was uns das bringt. So, dann, äh, zeigen wir ihr das mal. Jetzt haben wir da das Telefon, aber was können wir... Ah, ne. Ah, das war nicht der Plan. Wow. Deine Sister ist about to commit a murder. Aren't we supposed to do something about that? Ah, she won't kill him. She's done this before. Twice. Oh. Is anyone in your family ...not a potential psychopath? Am I the only one thinking about the missed opportunity of having a firearm with us while looking for a killer alien? To be honest, no. Okay. So, was braucht er denn? Wir gehen da gleich hin und gucken, was sie da tut. Hello. Hi, guys. Ähm. Goodbye. Bye, guys. Können wir ihn vielleicht einfach bestechen? I can't. Okay, er will das unbedingt für sich behalten. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal, äh, zu der Lover's Lane und schauen mal, was die Schwester da macht, ob wir das sehen, dass so eine gute Idee war. Schauen wir mal. Äh, nee, das ist, das, das, das war falsch. Da. So, ich hoffe, dass es keine Toten gibt. Ah, okay. Jetzt ist das weg, aber... Hm. Die Frage ist natürlich, was müssen wir jetzt tun, denn... Das war natürlich jetzt schon smart irgendwie, weil die jetzt weg sind, aber ich bin mir natürlich auch nicht sicher, was das, äh, gebracht hat. Vielleicht müssen wir da das, das Loch graben oder so. Wir gucken einfach mal, was er dazu sagt, ob er dazu was sagt. Oh, wir dürfen, wir dürfen das Spiel ausprobieren. Oh. Das war jetzt einfach nur rein aus Interesse. Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass da was kommt. Machen wir eine Reise zur Höhle des Monsters. Viel Glück. Wähle eine Tür. Wir haben ja gesagt, dass es Hinweise gibt. Eine Medusa hat dich mit einer bösen Falle angegriffen. Was für eine schreckliche Nacht, um verflucht zu werden. Oh, your base are belong to us. Du verlierst, okay. Hm. Wir probieren das nochmal, denn ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr hinter. So, wir gucken einfach, wir machen das mal nach der Reihe einfach. Machen wir mal drei. Okay, das war wieder Game Over. Überlege ich gerade. Ich hab mir gesagt, Müsli, Spielzeug. Tönt mal. Kann ich mir das angucken? Wir können bestimmt auch hier die Broschüre mal. Okay. Das ist aber auch uninteressant. Wir probieren das nochmal. Müssten wir uns einfach nur die Reihenfolge merken. Das ist vielleicht ein bisschen Trial and Error. Okay, vier. Okay, vier. Zwei war es nicht. Oh, das war Miss-Click. Okay, also vier. Außer es wechselt jetzt jedes Mal. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Machen wir eins. Okay, Medusa. Dann wird es bestimmt drei sein. Außer die machen die vier, 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 vier Taktik. Einfach auch um zu trollen. Wir machen jetzt vier, drei. Okay, also vier, vier. Äh? Ernsthaft, ist das deren Ernst? Nein. Merk. Das hat es leider auch nicht gebracht. Probier das jetzt ein paar Mal. Es könnte sein, dass ich das dann rauskarte, bis es funktioniert. Also, ich sag einfach mal, bis gleich. Oh, wir haben das magische Einhorn entdeckt. Hallo, junger Mann. Ich bin ein Irrtum. Das Rätseleinhorn. Du willst also den Code wissen, um meine Krone zu bekommen, Fremder. Ich werde dir ein Rätsel geben, Fremder. Wenn du es richtig beantwortest, gebe ich dir den Code, den du suchst. Nenne den Notfall rückwärts. Ich glaube, die korrekte Antwort ist Y-X-N-E-G-R-E-M-E. Weil es ist die Erdwürfe, zurück. Ich glaube nicht. Was ist das? Was ist das? Weil er sagt, die Erdwürfe, zurück. Was ist das? Was ist das für ein Stranger? Er sagt das viel. Und ich bin sicher, dass die Logik dieses Spiel so gut ist. Wir nehmen Fremder. Deutsche Antwort. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich dich töte. Du bist Game Over. Okay, interessant. Wir haben ja noch ein paar mehr Möglichkeiten. Wir probieren das nochmal. Und dann auch wieder. Bis gleich. Ich bin sehr enttäuscht. Okay, tatsächlich kriegen wir die Antwort bisher noch nicht. Uns fehlt da irgendwie noch was. Aber wir sind schon gut vorwärts gekommen. Was ist das denn? A Spiel ding? The Kill Starters? Fragezeichen? Ein Gewehr kriegen wir natürlich immer noch nicht. Hm. Ich sehe schon was Neues. Nämlich hier. Oh. Dass wir das irgendwie noch nicht gesehen haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es hat uns in viele Probleme gemacht. Wir müssen diese destruktive Kraft nutzen, wenn wir eine künstlerische Kreatur aus dem Raum schütteln. Besonders, es war nicht das Sodium-Carbonate, das Mrs. Johnson's Sachen ablief. Ich meine, es war in Part, aber die Bombe kraftete viel Arbeit und Ingedienungen. Es ist gerade ziemlich inert. Geh'n'n, fahr'n, diese Chemikalien sind immer hilfreich. Vielleicht haben wir ja doch noch was, ähm, Baumhaus. Wie sollen wir eine Alienpfanne bauen? An Alien trap. Mit viel Arbeit. Wie ich sehe, ein Hole mit einem Beartrap und eine Netze übernimmt es. Sounds like überdoing es. Wir sind mit Unkommun forces. Wir sollten alle die safety precautions wir können, wenn wir nicht ihn zu helfen. Wie sollen wir den Alien zu unseren Trapen? Das ist eine gute Frage. Was über Food? Everybody loves Food. Wir wissen nicht was er, ob er es ist. Ich glaube, er ist nicht mit unserem Planeten. Vielleicht können wir ihn finden, oder was er braucht. Wo ist der Alien? Ich weiß nicht, ich habe ihn verloren. Er kam aus dem Outer Space. Das ist alles, wir wissen. Wir können nur spekulieren, wie er seine Origin. In Wahrheit, es gibt eine Chance, dass er nicht ein Alien ist. Er ist nur ein man-made Roboter. Denkt ihr, wir sollten versuchen, mit dem Alien zu kommunizieren? Ich glaube, dass wir mit uns nicht kommunizieren. Aber man weiß ja nicht. Ja, wo packen wir den denn jetzt hin? Okay. Also wir müssen ja auch noch ein Loch graben. Das Ding ist aber, wir haben eigentlich immer noch nicht so wirklich einen Punkt dafür, um ein Loch zu graben. Außer halt da, wo das Auto stand. Aber uns fehlen ja trotzdem noch super viele Sachen. Ich würde jetzt auch gerne einmal nochmal hier hin. Vielleicht finden wir ja irgendwie einen Comic oder so, den wir nutzen könnten. Vielleicht ist da ja noch was drin. Wir müssen auf jeden Fall auch noch dran denken, dass wir ja noch das Verlängerungskabel brauchen. Und vielleicht... Oh, da ist das Rätsel. Genau, er hatte uns ja gesagt, dass für das Spiel er die Lösung kennt und dass er uns die sagen kann. Das Ding ist, wie kommen wir jetzt an das Kabel? Weil wir haben nichts zum Schneiden. Das Ding zippt. Wir haben nichts zum Schneiden. Und das ist, glaube ich, gerade das größte Problem. Vielleicht kriegen wir es dann mit diesem Natriumkarbonat oder so weg. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das wäre irgendwie ein bisschen weird. Ähm, wir probieren das mal und sonst probieren wir vielleicht auch noch andere Dinge. Nee. Vielleicht brauchen die ja Natriumkarbonat. Was können wir denn damit machen? Was wird denn dazu gesagt? Vielleicht mit dem Sch... Oh, vielleicht mit dem Schleim. Vielleicht ist das da die Lösung, dass das irgendwas auslöst oder so. Ähm, probieren wir das mal. Okay, das... Auch das auch nicht. Vielleicht die Pfütze oder so. Also ich bin da ein bisschen überfragt tatsächlich. Ähm... Wir könnten mal... Hups. Könnt mal gucken. Ob das vielleicht, äh, was macht. Nee, auch nicht. Das Ding ist, es wird halt auch nicht wirklich erklärt, ähm... Wofür wir das eventuell gebrauchen könnten. Vielleicht für die? Oder für... Für die Falle? Oder für den Bären? Okay. Hm. Können wir ein bisschen Papier? Nee. Oh! Moment! Ich habe einen Plan! Er muss... Er macht doch Klingelstreiche. Vielleicht sind die dadurch abgelenkt und wir kriegen die Falle. Mal gerade gucken. Wir schauen mal, ob das eventuell The Trick Dude... Ähm... Die Ranger Station. Tatsache. Aber ich glaube, wir müssen ihn noch ablenken. Oder auch nicht. Wir können ihn einfach mitnehmen. Oh! Ja, jetzt müssen wir aber irgendwie noch an den Comic kommen. Vielleicht gehen wir da nochmal hin. Gucken mal, ob der vielleicht für uns einen Comic hat oder so. So als... Weiß ich nicht. Das haben wir ja alles schon. Was haben wir denn jetzt? Wir haben Natriumcarbonat und eine kaputte Bärenfalle. Können wir die... Oh! Oh! Okay, das... Das kam unerwartet. Das kam ganz dolle unerwartet. Ähm... Vielleicht können wir ja dem Penner... Er heißt ja wirklich Penner. Ähm... Bevor sich jetzt hier irgendwelche Leute beschweren, dass Natriumcarbonat geben. Oder so. Das Ding ist halt... Ich weiß halt auch wirklich nicht, was man damit machen könnte. Okay, aber wir sind schon mal ein bisschen weiter. Wir haben zumindest schon mal eine Bärenfalle. Das ist ja schon mal was. Wir könnten natürlich gucken, ob wir die Bärenfalle vielleicht da hinpacken können. Aber ich glaube eher, dass wir die Bärenfalle woanders hin machen müssen. Und wir schützen diese Trap für die Alie? Ja, wir sollten es in einem tiefen Hohle benutzen, damit es keine... Mit einer Bärenfalle... Ja, nicht. Okay, wo kriegen wir jetzt? Irgendwie ein Comic, ein Buch oder sowas her? Wo kriegen wir das her? Wo kriegen wir sowas her? Das ist jetzt die andere Frage. Wir brauchen ja auch noch das Kabel. Ähm... Er weiß aber auch alles, ne? Der weiß auch alles. Wo kriegen wir denn jetzt hier... Spielzeug... Äh, Spielzeug. Ein Heft her. Oh, wartet mal. Willst du was ausprobieren? Okay. Hätte da sein können, dass dann auf einmal total die Schaumparty oder was weiß ich ist. Oder es blubbert oder... Man weiß es ja nicht. Okay, der ist immer noch beschäftigt. Oh, wartet mal. Es ist zu schmutzig. Kann man das vielleicht damit sauber machen? Es wäre auf jeden Fall eine Idee, die ich hätte. Hm. Ne, leider nicht. Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen überfragt, was man da machen könnte. Weil wir so gut wie alles gefühlt schon hier durch haben. Ich habe bestimmt was ganz Wichtiges übersehen. Aber, ihr lieben Leute, das werden wir uns mal in der nächsten Folge angucken. Ähm, in der Zwischenzeit, ich schaue mal, ob ich es alleine hinkriege oder ob ich eventuell mir einen Hinweis suche, weil ich das gerade wirklich einen Ticken verwirrend finde, weil wir irgendwie keinen einzigen Hinweis so richtig mehr haben. Ja, aber, ähm, ich hoffe, euch gefällt das Spiel immer noch, oder es gefällt euch im Allgemeinen. Und ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Und wir hoffen dann mal, dass wir ein bisschen mehr herausfinden als jetzt gerade. Ja, und dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.